Hallo, ich hoffe, ich küge wieder mit euch. Willkommen auf dem großen Kanal, zum kleinen FNAF-Fangame. Ich heiße bei uns noch mal Abide at Freddy's. Keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Ich auch. Und ich werde dich ganz verkacken. Möch, meint es? Ihr könnt euch das ja gerne durchlesen. Ah. Oh, boi. Let's go, uh, get, uh, get to the work. Howdy. Howdy. Welcome to Freddy's Pestbeer's Grill. Well. Today we are chasing an old delivery system. We need to run out of this grill. You're from kitchen to customer. What? I'll be up in the kitchen making orders, putting them on a delivery system. Uh, they were sent down by Palium, Palium Bay and then finally in the office. Von da, von da sender das da 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 da. Yeah. I need you to confirm orders as you arrive in these rooms. Rooms can be in camera system, you. Oh. Your order is coming. Who opens you in the kitchen with button activator? They are posting coming orders. What? Well. There's an order status indicator to left the office. Delivered and confirmed. Careful. Huh? Uh, acting with, I don't understand English. Well. Well. Make shift power set up. It ain't too stable. Good overload. Yo sure it's good a- It's a heads up reminds you of some Robert Twillers movie. What? Uh. Too shy. What. It's something so right? You want to be left alone. Oh. Stigma. If you see that Cowboy Chica, Cowboy Chica, the toy pistol, actuated in showdown mode. If you are quick and aim between the eyes, you may even win a free showdown. Alright. Let's get a move on. Ich bin überfordert. Aber cool sieht's aus, ne? Witzig sieht's schon aus. Ordner Status. What? Ich hab ja noch n Ding. Nicer, nicer. Da tut sich aber nichts, ja? Ist ziemlich ruhig hier. Preparing Order. What? Ich bin cool. So far from Preparing. What a sudden. Ah, have we gone? Da is the gun. Sanding. Was soll ich jetzt machen? Er sendet die Order. Er sendet die Order. Äh. Äh. Ich hab halt da auch kein Licht, gell? Ah, nein. Er bräu ja dein Pistoletto. Power? Nope. Nope. Was ist das? Was ist das? Was haben wir jetzt schon da gemacht? Delivered. Confirm Order. Enable Door. Power Load. Jesus. Aha, aha, aha. Das war natürlich nichts, gell? Cam 2. Ja, was muss ich jetzt machen? Du hast... Tu irgendwas. Warte, ich weiß jetzt wieder was... No. No? Warte. 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 Hätt ich die Tür zu machen sollen? Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt von der da machen soll, wie? Leute, ich weiß nicht, was ich jetzt von der da machen soll, wie? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nein, ich... Ich hab doch... Ich hab doch keinen Blasen Dunst, gell. Nope. Nope. So. Drake's net. Drake's net. Drake's net. Ah... Konfirm Order. Righty right. Da schon mal. Alles noch... Psst. Das sieht aus. Alles noch hochgyrochen. Und hier kann ich auch die Waffe nehmen. Ah, wenn ich hier bin. Ich hab den Soda gewonnen, oder was? What? Ist das stimmt? Stop the Convoyer if it's acting strange. What? Retry. Einmal probieren wir noch. Really? What? Ah, ich get's the Convoyer. Ah, nee. Stop the Convoyer. Oder ist er hier? Man sollte ab und zu mal in die Cam gucken, oder? Hallo? Jesus. Ich weiß nicht. Vor allem, wo ist der? Es ist wenig cool, dass man auch in dem Sirm hier Sachen anklicken kann. Also in der Cam. Ah ja. Das finde ich ja witzig, ja. Nur bei ihm, ja. Das liegt wohl überall drauf, ne. Standing. Aber die sind noch alle noch in der... Nichts. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Es ist nicht mehr, ich dem Ding. What? Hallo, hallo? No. Ich schätze es. Vor allem, wo der ganz sein soll. Weißt du? Da ist doch sein Hut. Da ist sein Hut, in der Camp. Schicker? Der Hut ist ja noch da. Da müsste er ja eigentlich da sein, ne? Leute, ich bin total überfordert irgendwie, gell? Hey, you. Hey, you. Dammit. Ah, da kommt er. Camp. Camp 4. Wenn ihr zu power macht? Das hat auch nichts gebracht. Da kommt er, der Sack. Ah, jetzt ist er wieder weg. Hier ist Up and Away. Oder? Erstmal noch in der Kamera. Schicker? Leute, ich raufsehe. Wo ist der Heinz? Trigger? Trigger? Did you come before him? I don't know. Lulipop. Pony saw you, but did you see him? Da ist ja... Moskitos. Na ja. Ich denke mal, es bleibt einfach nur ein Teiler. Schade. Cooles Ding. Cooles Ding. A bite at Freddy's. Aber ich bin einfach zu schlecht, ne? Wie immer. Danke uns auf jeden Fall bei euch. Für's zu sehen. Wenn wir uns freuen. Wenn wir uns einschalten. Wenn wir uns auf unseren Kanal. Schreibt uns das Video. Schreibt uns in die Kommentare. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschö. Euer Rossi. Thank you and goodbye. Good night.